Jetzt zu einer Fragetechnik, die wir nur sehr dosiert nutzen können. Geschlossene Fragen. In unserer Class 9 Interviewtechniken zeigen wir ja, dass wir vor allem über offene Fragen interessante Antworten erhalten. Geschlossene Fragen sind dann sinnvoll, wenn wir bereits in der Geschichte einer Interviewten angelangt sind und jetzt gewissermaßen wichtige Details für uns klären wollen. Sie spricht beispielsweise von einem Einkaufserlebnis. Wir fragen nach. Hast du dort zum ersten Mal eingekauft? Ja? Nein? Das zu wissen kann wichtig und hilfreich sein, um die Geschichte besser einordnen zu können. Aber Vorsicht! Zu viele geschlossene Fragen stören super schnell den Gesprächsverlauf. Deshalb stellen wir geschlossene Fragen sehr dosiert. Nur dann, wenn die Details wirklich wichtig für uns sind.